Schockierende, brutale Szenen aus Raststadt. Dieses Video kursiert zurzeit in sozialen Medien. Ein 14-jähriges Mädchen wird am Bahnhof attackiert von zwei anderen Mädchen. Immer wieder schlagen und treten sie auf ihr Opfer ein. Das angegriffene Mädchen erleidet schwere Verletzungen und muss ins Krankenhaus. Die Angreiferinnen konnten inzwischen ermittelt werden und müssen mit Strafanzeigen rechnen. Warum die umstehenden Zeugen nicht eingegriffen und sogar mitgefilmt haben, ist unklar. Fahrgäste der im Bahnhof stehenden Züge sahen laut Polizei ebenfalls keinen Anlass einzuschreiten oder über Notruf die Einsatzkräfte zu alarmieren.